Starke Familien sind das Rückgrat der Schweiz. Zusammen mit der EVP setzen wir mehr für die Unterstützung und Stärkung der Familien ein. Für uns als Partei ist es enorm wichtig, in die erneuerbaren Energien zu investieren. Warum? Weil auch die kommende Generation braucht eine intakte Umwelt. Und die ist schon heute nicht mehr einfach so gegeben. Wir von der EVP setzen uns für ethisches Wirtschaften ein. Der Mensch im Zentrum fordert Gewinnmaximierung. Das ist ein respektvolles Miteinander. Ich, Nick Gucker, setze mich ein für ethisches Wirtschaften. Ich, Lilian Stude, setze mich für die Förderung der erneuerbaren Energien ein. Ich, Marc Jost, setze mich ein für die Stärkung der Familien. Ich, Marc Jost, setze mich für die Stärkung der Familien. Und ich bin ja.